Okay, guck mal. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Triff auch! Yo! Und rennt wieder weg! Und rennt halt wieder weg, ey! Ach, verdammt. Ich muss eh nicht in die Richtung, von daher... Hab's doch ein paar Bullets verschwendet, ne? Ja. Aber der hat doch wirklich... Ich mein, der sieht, dass ich ne Pistole hab. Ich mein, ich hab's ja sowieso kein Zielwasser getrunken, aber ich mein, wenn er dann eben mit ner Millie-Weapon trotzdem auf mich zustürmt, so Sparta-mäßig, dann ist das... Naja. 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 I'm afraid you're a little bit too stupid, aber gut. Wollen wir es ihm mal verdenken. Zumindest nahm ich ihn ja auch bekommen lassen. Ach! Großartig. So, Minecraft. Ist er langsam hier in der Nähe? Ja. Habloat, vielleicht hast du schon wieder der Raider. Okay, Moment, dann schnapp ich mir mal... Dich. Ach, ne, Moment, das machen wir mal. Stopp. Na, na, HALT! Meine Güte. So. Ein... H... Ne... San. Ja, das war schon mal super. Ach, Junge! Das wär'n... Leichter... Ah, du... Was? No, scheiße! Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Okay. Ah, meine Güte Okay, dich hätten wir Alles klar, das war dann doch leichter als zuerst angenommen Ähm Naja, du kannst da alles behalten Ich muss langsam aufpassen, das ist auch nicht over-encumbered Diese Drecksviecher Ach nee, das ist auch noch ein Raider Ja sicher doch Erstmal du, so Einer nach dem anderen Äh, du kannst eigentlich auch alles Obwohl, das nehm ich mir mit Das sieht muggelig aus Mittlerweile müssten ja eigentlich Die Raider-Armor hier ein bisschen besser sein Als die, die ich jetzt, ne, immer noch nicht Bei weitem noch nicht Okay, untermalt das akustische, was ich gerade sagen wollte War nämlich ne glatte Lüge Fuck, oh meine Güte Bist du denn des Wahnsinns Und wie viele sind denn hier, ey Das ist ja krank Okay, das war relativ easy, sag ich mal Dann schnapp ich mir noch Dich Triff Oh Junge Enttäusch mich nicht Äh, so Okay Das wäre Numero uno Hat aber auch nichts, was irgendwie für eine Bedeutung wäre Hä, wo, 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 wo ist er hin? Der ist wieder abgehauen, ne? Kann das sein? Sieht so aus, ne? Ach, noch einer Das war ja noch nicht genug, ey Dann muss natürlich noch einer kommen Mach her, mach her Äh Wieso? Du bist gar nicht auf mich zugerannt, falls du das nicht gemerkt hast Aber ist in Ordnung Okay, BB-Gun Mh Sonst geht's dir gut, ne? Wollt ihr nochmal kurz anmerken, macht null Schaden Aber ich glaube, das hast du mittlerweile auch schon gemerkt Pff So Moment, das save ich am besten mal Das war, das war gerade richtig Ah, doch, relativ souverän, möchte ich mal sagen Oh ja, und da vorne haben wir auch schon Minefield Oder Minecraft Je nachdem Ist es das? Ja Ja, okay Jetzt muss ich ein bisschen auf den Ton achten Wie gesagt, der ist, ich hab den relativ leise Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen still sein Weil wir müssen jetzt hier uns an Bomben ranschleichen Und, äh, an, ähm Minen ranschleichen Und die, bevor sie detonieren Natürlich entschärfen Und die sieht man hier auch relativ schlecht Okay, hier ist noch nix Äh You have discovered several locations you can fast travel Ja, weiß ich Das fast traveln ist mir natürlich Ein Begriff Ist das eine? Ne, das ist keine Aber hier haben wir schon mal eine Nein, nein Oh Okay Jetzt könnte man theoretisch schon zurückgehen Aber ich nehm einfach noch Ich versuch noch ein Noch ein paar hier auf jeden Fall zu entschärfen Damit Wir da eben ein bisschen Kohle für bekommen Das Auto ist gerade in den Luft gegangen, glaube ich What in the hell? Okay, das war jetzt, das war unprofessionell Ja, ja Äh Okay, dann machen wir hier ein Stimpack Hier noch eins Dann wird alles wieder gut Alles cool Ganz ruhig bleiben, Chef Wir machen das Ups Hab ich noch Stimp? Ja, Stimpacks hab ich noch Ja, wunderbar Alles wieder gut Pfff, was? Recht langsam Okay Boah Okay Irgendwo hier ist ein Gegner Moment Arkansas Der alte Kollege Der alte Bananenbieger Da wollen wir gleich mal nachschauen Ach, der ist das Okay, okay, okay Der ist das anscheinend Der hier die ganze Zeit Oh Ja, ja Er ist das anscheinend Der hier die ganze Zeit Auf die Autos da drauf ballert Miese Sau Achso, und dabei ist auch gerade noch Eine Mine hochgegangen, okay Reicht das jetzt hier? Ja Alles klar Achso, das wäre ja auch optional Dass wir hier eine Mine mitnehmen Gute Mine zum bösen Spiel Oh Na, geht so Oh, ich komm da hoch Ich komm da hoch Wart ab, Chef Hier scheinen keine Minen zu sein Da hinten wieder Okay Jetzt machen wir das Puh Shit Ich hätte es kommen sehen müssen Ah, shit Okay Wir nehmen uns einfach mal Red Eggs Und Hauen uns ein paar Nuka Colas Hinter die Kiemen Reicht bei weitem noch nicht Dann nehmen wir noch Stim-Packs Na komm So Stim-Pack Oh, 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 oh Gut Waren hier noch irgendwo welche? Ne, ne? Wahrscheinlich schon Und ich hätte wahrscheinlich da drauf Aber Okay, Arkansas Wo bist du? Oh, 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 oh Ganz harter Komm her Yes That's what you get So Dann nehmen wir uns mit Gate Key Sniper Oh, Sniper Rifle Ja, warum nicht? Nuka Cola Immer wieder gerne Cherry Bomb Ne Nuka Cola Natürlich Okay Okay, ein Sniper Rifle Das ist natürlich sehr cool Der hab ich bei meinem privaten Ähm Safe Game auch erst vor kurzem Gefunden Das war Irgendein Raider hatte die, glaub ich Das ist schon eine ziemlich coole Waffe Keine Frage